Musik Gotthold Ephraim Lessing, der größte Mann Lasst uns den Priester Orgon fragen, wer ist der größte Mann? Mit stolzen Minen wird er sagen, wer sich zum Kleinsten machen kann. Lass uns den Dichter Kreton hören, wer ist der größte Mann? Er wird es uns in Versen schwören, wer ohne Mühe reimen kann. Lass uns den Hofmann Damis fragen, wer ist der größte Mann? Er bückt sich lächelnd, das will sagen, wer lächeln und sich bücken kann. Wollt ihr vom Philosophen wissen, wer ist der größte Mann? Aus dunklen Reden müsst ihr schließen, wer ihn verstehen und grübeln kann. Was darf ich jeden Toren fragen, wer ist der größte Mann? Ihr seht, die Toren sagen alle, wer mir am nächsten kommen kann. Wollt ihr den klügsten Toren fragen, wer ist der größte Mann? So fragt mich, ich will euch sagen, wer trunken sie verlachen kann.